Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheiße dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay, aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, was mir so zuwider... Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich hatte. Ich habe das für uns gemacht. Ich habe das für uns gemacht. Ich habe es vielleicht dese